Hallo Leute, herzlich willkommen. Heute macht mein Schatz Gordon Bleu mit Pilzfüllung und dazu gibt es gebackene Kartoffeln. Juhu. Ich hatte hier schon ein Fleischhaum hergerichtet. Ja, falls du frech wirst. Aber Brillenträger schlägt man nicht. Ja, Sie kratzt mich gerade. So, ich fange mal mit den Schwärchen an hier. Mit den Schwämmchen. Übrigens, weil sie die Schwämmchen sagt. Im letzten Video hat sie mich noch ausgelacht, weil ich da neulich Vöhlchen gesagt habe zur Folie. Und gestern oder war es vorgestern? Kommt sie. Schatz, ich brauche noch mal ein Vöhlchen. Nein, ich habe nichts gesagt. Du hast Vöhlchen. Ja, Vöhlchen habe ich nichts gesagt. Aber ich habe nichts gesagt. Schatz, ich brauche noch ein Vöhlchen. Was ist los? Bist du umgefallen? Ja, ich habe mich angeschalten. Passt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hallo ohne nichts gesagt. Du wirst mein Messer. Hallo again. Sieht aus wie so ein Mikrofon, gell? So, also ich mache die Beilage, während mein Schatz die Hauptspeise macht. Gar nichts macht. Ja! Ich hole mal ein Backblech raus. Ein was? Ein Backblech. Backblech. Dann ein paar Kartoffeln. Ich probiere mal, habe ich noch nie gemacht, Backkartoffeln, oder? Heißt das doch? So. Weiß ich nicht, wie das heißt hier. Oder soll ich Pellkartoffeln machen? Wie du willst. Oder Salzkartoffeln. Mir ist das egal. Mach einfach mal hin. Was mach hin? Mach hin. Gordon Bleu. Schatz, weißt du eigentlich, was Gordon Bleu auf Deutsch heißt? Gefülltes Schnitzel. Na, was warst du denn? Bleu steht französisch für blau. Das Schnitzel wurde so erfunden, da war das Fleisch so lange, im Kühlschrank, das wurde schon ganz blöd, blau, das war eigentlich schon ein bisschen übers Datum drüber. Dann hat sich der Koch gedacht, ja, ich will es doch nicht vorwarten. Dann hat er einfach einen Käse reingetan, früher so einen französischen Stinkerkäse, was ziemlich alles überdünkt, hat das kein Schwanz mehr gekannt, ja. Dann schön paniert, dass man das nicht sieht. Super war's. Warst du da der Koch, oder? Nö, das ist schon, Schatz, das war ja vor Ewigkeiten ist das passiert. Irgendwo in Frankreich, in Côte d'Azur, glaube ich, war das. In Côte d'Azur. Ja, oder in der Champagne, kann auch sein. Weißt du, welches Getränk aus der Champagne kommt? Ja, der Champagne. Oh, nicht schlecht. Und aus welchem Land kommt dann die Milch? Hier, vom Bauern nebenan. Ich sagte, du sagst, du sagst, das ist der Milcher Land. Ja, du vielleicht. Mach so viele Kartoffeln, soll ich machen? Ja, ja, machen wir sie nur alle, oder? Ja, ich mach hier einfach mehr. So, und noch einmal. So, ich muss die ja noch kleiner schneiden. Ja, ja, die hau ich dann hin. Also normal, wenn ich Kartoffeln mache, dann tue ich sie jetzt nicht halbieren, sondern tue sie viertel oder sechstel und dann mit Olivenöl und den Gewürzen einreiben, dass das gut schmeckt. Aber ich mache es jetzt mal einfach so, Natur, eine Naturpackkartoffel und ich würze sie dann danach. So. Ja, ja, warte mal, ich brauche hier ja noch ein bisschen länger, wie hier der Ofen. Ja, ja, bis die Kartoffeln... Ja, ja, bis die Kartoffeln... Ja, ja, jetzt... Nein, ich... Schatz, also wenn du ein Schnitzel nicht in der Zeit da bratest, wo du Kartoffeln machst... Ja, ich will sie noch die Füllung machen, was ist denn mit dir? Ja, weißt du, wie lange Kartoffeln brauchen? Ja, in dem Herd wahrscheinlich 10 Minuten. Ja, 10 Minuten Kartoffeln, ja, genau. So, jetzt bleib mal am Teppich hier, auch wenn du am Boden stehst. So, ich suche hier mal das Programm... Ja, mit dir ist es wohl oft. Ja, also ein Schnitzel geht ja immer schneller, wie Kartoffeln. Hey, ich mache keine Schnitzel, ich mache ein gefülltes Garton Bleu. Ja, bitte, so ist jetzt ja auch noch ein Schnitzel. Du bist immer derjenige, der sagt, boah, Schnitzel, die Arbeit macht das nie. Ja, aber... Ja, mir ist das gleiche, isch du eine kalte Kartoffel, wenn ich es nicht errichte. Nein, nein, nein. Ja, isch so. So, jetzt kommen wir ein bisschen rein. Du musst da alles schnippeln und... Und dann schauen wir mal, wie diese Backkartoffel jetzt wird. Ich probiere den in unserem neuen Ofen und das lassen wir einfach mal. Was steht denn jetzt vor der Zeit, hm? Schlau, Fuchs. 15 Minuten. Also anscheinend kann ich hier eine rohe Kartoffel in den kalten Ofen schieben und nach 15 Minuten ist das eine gebackene Kartoffel. Soll ich nicht doch die Salzkartoffel, die Pellkartoffel machen? Wie ist das Wurst? Die gebackene Kartoffel ist doch trocken wie sauer. Du hörst nicht doch mit mir reden, weil ich muss es schneiden. Hast du einen Sauerraum da? Was? Weil du nachher einen Sauerraum hast. Was? Dann vielleicht. Nein, hast du nicht. Ja, ohne nicht. Topfen haben wir da. Na, ich mache Bällkartoffel, oder? Ich mache jetzt das andere. Scheiss auf das. Achso, dann hinterher müsst ihr schälen, oder? Nein. Oder ein ganzes Glas. Ach, ich mache jetzt mal. Ich mache jetzt mal eine gebackene Kartoffel. Ich mache jetzt mal meine Schwanne. Aber zu Nord und Plö würden halt so Salzkartoffeln gut passen, ne? Oder zu Klosbret. So, hier kannst du das auch noch nehmen. So, meine Arbeit ist getan. Schatz, bist du fertig? Ich habe Hunger. Ich sage jetzt mal nichts, aber irgendwann, irgendwann kommt noch mal der Tag, an dem ich dir hier vor laufender Kamera reinhau. Ja. Wie mein schönes Bäuchlein. Tja. Irgendwann. Na, na, was wirst du reinhauen? Mein Schatz ist schon ein brilliger Mensch, ja? Auch wenn das jetzt hier anders scheint. Kann ich für dich schon mal die Pfanne aufheizen? Na, komm schon nicht. Ja, du musst ja das. Na, ich misse auch noch, ich misse auch nicht. Hast du denn Zwiebel schon geschnitten? Was ist ja los? Okay, du musst ja mir noch was sagen. Schatz, bitte schneid mir Zwiebel. Nein, das schneiden wir schon selber. Ah, brauchst du nicht mehr. Ich mache dir das. Nein, das machen wir jetzt alles selber. Ich mache dir das schon. Nein. Nicht verzagen, Schatz. Du hör, ich bin schon fertig. Mit deinem Messer brauchst du jetzt einmal Zwiebeln. Du hörst den. Ich mach das schon. Na? Jetzt bin ich schon soweit. Jetzt komm schon einmal um ein Geschaftel. Ja, hier hast du einen Schal und da hast du schon. Geschaftelhuber. Ja, weißt du, was ich immer mache, Schatz, wenn ich Zwiebel abbraten muss, schneide ich erst die Zwiebel und wenn die anbrät, kann ich dann die Schampel... Ja, ich wusste ja nicht, dass du zuerst musst die Kartoffeln schälen. Ich dachte, du hilfst mir hier ein bisschen beim Vorschnippeln. Ja, musst du mir sagen. Was bist du denn jetzt für einer? Nein. Nein. Nein, ich nehme das Loch. Brauchst du ein bisschen Öl? Nein, ich lasse mir den Fried. Nein, 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 nein. Ich tue dir schon mal das Öl in die Träume. Machst du auch noch falsch? Ja, glaube ich, ja. So. Hör mal auf mit diesem Gesänge hier. Nein. Hello again. Hör mal auf mit diesem Gesänge hier. Ich hoffe, in 12 Minuten sind die Schnitzel fertig. Ich hoffe, du bist bald still. Soll ich dir denn ein Ding holen? Ja, dann hole ich mir auch noch selbst. Also meine Frau lässt sich heute nicht helfen. Nein. Sie lässt sich nicht helfen. Du? Aber jammert dann, dass ich ihr nicht hilfe. Das ist typisch. Ja. Du hättest dafür gehalten. Okay. Aber jetzt ist es zu spart. Da ist etwas runtergefallen. Ja, ich habe es gespürt. Ein super Teil. Aber wegen einer Zwiebel hole ich den ich raus. Dann hättest du die Schwammeln ja auch gleich da rein tun können. Wenn du ihn schon holst. Ja, vielleicht wirst du es noch nicht. Gescheitheit. Das Öl wäre da schon heiß. Nö, der ist so schnell gezahlt. Was stimmt so? Meine Frau meint, Kartoffeln sind in 5 Minuten fertig, Öle sind in 10 Sekunden heiß. Hier ist einmal eine Scheibe Käse zu kuscheln. Ja. Berg Baron von Scherdinger. Leckerer Käse. Hey, aber der geht doch nicht auf, Schatz. Ja. Nein. So. Was ist denn das für eine Backung? Meine Frau ist schon leider noch hergegangen. Nein, meine Güte. Oft fragen, wir wollen die drei Kinder daheim. Ja. Aber auch selber schweig. Das ist jetzt nur gegangen, weil ich es schon vorgenommen habe. Ja. Echt nicht. Zupf die. Warte, ich tue meinen Käse ein bisschen in Öl aber auf. Ich hau da jetzt echt eine ein. Echt? Ich wollte ja nur. Soll ich den Knoblauch schälen? Nein. So, ich hau jetzt den Schwammel noch einmal ein. Ja natürlich, die sind viel zu groß. Was? Ja, aber das G'shaftel schnummern du. Kein bisschen G'shaftel, Guba. Das nächste Mal kochst du wieder, Schlauchfuchs? Schatz, die musst du ganz klein machen. So eine Zwiebel für die Füllung. Und viel zu viel Zwiebel. Ich stelle die Wurst noch gar nicht. Ich stelle die Wurst noch gar nicht. Ja, lass deinen Zorn rück da aus. Nicht an mir. Ja, das ist schon gut. Also echt ein super Teil hier. Und das Beste, das funktioniert auch bei Stromausfall, ja? Das muss man dazu sagen. Ja, aber es nutzt dann die Schwammel bei Stromausfall. Also du meinst, weil dann da herzig geht? Ja. Nein, schau, das du hier machst, das lässt rein nicht. Also die lässt sich nicht helfen, das ist da. Ja, hast du ja gesehen, dass da noch ein ganzes Schwammel drin war. Ein Schwämmchen da drin, ja. Schwämmchen heißt das, Schatz. Nein. Soll ich hier schon mal Fleisch klopfen? Ja, aber bitte nicht das... Nein, nein, das du selber. Ich schäle dir den Knoblauch. Einer ist genug, Schatz, brauchst nicht frei. Ich bin ja leider hergerichtet, dass ich es nicht vergiss. Möchtest du deinen Knoblauch gehackt oder geschnitten? Möchtest du mal Milch in Ruhe lassen, oder? Ich glaube, du möchtest ihn jetzt reißen, oder? Ja. Mogi. So. Fetzer. Wie geht es ja, Heinz, süe, als wie... Ja, und dabei macht sie nur einen Schnitzel. Na, aber ist natürlich gourd und bleu, kann man jetzt nicht nur Schnitzel sagen. Ist natürlich, das Panieren ist alles Arbeit. Das stimmt schon. So. Schau, Schatz, ich hätte hier so einen Ausputzer für das. Ja, ich koche mit Händen. Ja, ich koche auch mit Händen. Ja, ich koche auch mit Händen. So, ich schäle dir das, dann kannst du dabei dich hier um deine Schnitzel kümmern. Wo hast du denn jetzt einen Knoblauch? Ja, drin. Ja, und das Kräuter. Ich tue es nicht rein, sonst ist es wieder falsch. Du musst schon selber rein tun. Möchtest du ein bisschen Weißwein für die Schwammel? Ein bisschen Weißwein, Schatz, einen kleinen Schuss. Ich hole einen, oder? Wieso denn? Ja, wenn das immer gut ist. Na, du machst sicher wieder mein Gerichtchen. Nö. Leitsatz, Pilze und Wein, das ist fein. Lass das sein. Nein. Nein. Nicht viel, nur ein bisschen. Ja, bei dir. Jetzt drehe ich mich weg und du schüttest davon. Nein, ich tue Tropfen rein. Wer? Weil, es ist ja wichtig, dass diese Füllung... Hey! Ich mach das, dann kannst du deinen Schnitzel rühren. Weil, in sechs Minuten musst du fertig sein. Hier ein bisschen Salz und Pfeffer noch. Mach ich, mach ich. Also, jetzt muss ich viermal für die Banzere. Alles kein Problem. Na, wieso? Boah! Was ist denn jetzt was? Jetzt stoppst auf Zwölfer, hey! Junge, du hergerichtet für meine Banane und auf der Achtstuhl da Föhne, oder? Du hast nicht mal Bananen hier, das sind Äpfel. Was sprichst du da von Bananen? Wahnsinn! Also, heute ist das schon ein bisschen... Ich war ja mal in Südtirol, Schatz, ein paar Jahre. Weißt du, wie man da gesagt hat? Ostabui! Nein! Heute bist du ganz schön zierig. Zierig hätte man da gesagt. Zierig ist launig, auch südtirolerisch. Also, diese Äpfel... Äpfel hat ja auch so einen Sprachassistent, der heißt ja Siri. Also, sie antwortet auch manchmal. Ja, du hast ja auch so einen Äpfel. So launig, diese Siri, ja? Ja. So. Deine Schwammelfüllung sieht schon gut aus, die lassen wir jetzt noch ein paar Minuten. Dann hast du hier eine schöne, leckere Schwammelfüllung. Du solltest eventuell noch nachsalzen, Schatz. Die brauchen immer ziemlich viel Salz. Du kannst ja hier von dem Gemüse die da ein bisschen reingeben. Was denn? Von dem da. Okay, das machen wir. So. Das ist so ein bisschen Gemüse. Scheiße, ein bisschen viel. Freut dich nicht so viel. So, mein Mais-Händl. Nein, wir sind ja leicht so klein. Dann kann ich mit einmal... Oh je. Wie willst du denn gerade einmal? Jetzt spulen wir. Warte einmal, Schatz. Wir spulen kurz vor. Das wird laut. Ja. Die Pilze sind perfekt geworden. Ich habe sie schon gekostet. Perfekt gewürzt habe ich die. Du? Alles gut. Ja, ich habe Salz, Pfeffer. Und den Wein. Müsst du mal kosten? Nein, jetzt nicht. Kost mal. Kost mal. Die sind Wahnsinn. Kost mal. Ja, ja. Wie schon. Ich habe zuerst schon schon rumgefuchtelt. Du darfst Hunde sie gewählt nehmen. Dann hast du sie wieder weg. Kost mal gleich die halbe Portion raus hier. Gewalt die Klecker, ja? Kriege ich mal einen Schulterklopfer. Top. So, und jetzt sind die Kartoffeln fertig, oder was? Schauen wir mal nach. Ich glaube nicht, dass die... So, leider ist das Fleisch nicht geeignet. Ja. Also, meine Idee war... Also, die Schnitzel sind ein bisschen, äh, 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 wie sagt man da? Die haben ein bisschen Öffnung, ne? Ja, 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 ich kann mal schauen. Ja, weil ihr kein Frischfleisch-Däckchen erwischt. Jetzt ist, äh, hab ich ihr geraten, wir könnten sonst... Ich glaube, das wird richtig gut. Sie macht normale Wiener Schnitzel. Dann nehmen wir die Wiener Schnitzel... Ach so, ich hab den Kass vergessen, verdammt. Nehmen wir mal. Ja, ja, ja. Dann nehmen wir die Wiener Schnitzel, tun auf die Wiener Schnitzel den Pilz drauf, oben Käse drauf und das dann den Ofen überbacken. Aber eins probiere ich so. Und wenn's daneben geht, geht's daneben. Okay. Und das andere tun wir dann auf die Wiener Schnitzel oben rauf und den Käse überbacken. Boah, hau mal mit Käse überbacken, das Wiener Schnitzel mit Pilzfüllung. Ja, eben, die Schnitzel. Ne, die sind ein bisschen klein, ja. Ja, wir hatten noch so kleine Hühnerschnitzel. Das wird nichts werden. Dann müsstest du ein größeres nehmen oder das ein bisschen reinstopfen. Probier einfach mal eins, die anderen machen wir so, wie ich gesagt habe, okay? Du wirst sehen, das wird hammer. Ja, aber das wird sicher auch hammer werden, wenn ich das rechte Fleisch do. Ja, ja, hätte wäre wenn. Wenn du den Käse... Wirst du mir eigentlich noch launiger machen, wie ich schon bin. Schau, wie's geht. Schau, du musst hier so eine Tasche machen. Auf Französisch. Also Westisch, ob es das Backli überhaupt nicht hat. Und so passt schon. Und planieren und laufen kannst. Ich glaube, ich fange heute wirklich noch eine. Ich spüre schon, die kocht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schatz, aber sonst kannst du ja die Garton blöden deinen Mixer tun. Nein, jetzt rede ich nachher nichts mehr. Jetzt rede ich nachher nichts mehr. Jetzt rede ich nachher nichts mehr. Jetzt gehe ich nachher. Jetzt gehe ich nachher. Jetzt gehe ich nachher dir außen und dann machst du das allein. Ja, kein Problem. Ich habe ja gesagt, ich mache Wienerschnitzel. Nein, wir haben einfach Schnitzel, Schatz. Komm, mach Wienerschnitzel raus. Na echt, mir zipft das so. Das zipft mir jetzt echt so. Das geht da sowieso auf. Machst du Wienerschnitzel, Brote stehe raus und dann überbocken wir den. Das wird Hammer, Hammer. Ich gehe nachher. Einfach Wienerschnitzel. Nein, lass mich auf. Wir machen ein Garton blöden vom Wiener. Jetzt schauen wir mal nach. Nein, lass mich nicht. Schatz, jetzt ist ein Wienerschnitzel. Nein, du warst wie Wienerschnitzel. Ich meine, wir haben ja besucht 17 Millionen. Ja, ich weiß, du hättest es gerne gemacht. Aber eben, diese Schnitzel, wenn sie sie noch weiter klöpft, dann kriegen die alles Löcher. Die sind zu klein und zu dünne Wienerschnitzel. Wir machen sonst immer Schnitzel vom Huhn. Wienerschnitzel gibt es immer vom Huhn. Nach meiner Garton wird auch gehen. Jetzt tue ich das mal schnell raus. Achtung, Schatz. Ich möchte nur mal schauen. Weil ich kann mir doch nicht vorstellen, dass eine Kartoffel in 15 Minuten fängt. Wenn sie fertig ist. Das ist unmöglich. Aber schau mal an, wie die schön ausschauen. Ja, halt die Duschen. Unmöglich, dass die durch ist. Schau mal. Die ist durch. Schau mal, Schatz. Die ist durch. Ja, schön. Wie können in 15 Minuten eine Kartoffel durch sein? Ich weiß nicht. Okay, wir tun den in den Ofen. Noch ein bisschen zum Warmhalten. Gewaltig. So, die Kartoffeln sind fertig. Soll ich eine Soße machen für die Kartoffeln, Schatz? Ja, kannst du. Welche möchtest du? Mir ist das egal. Okay. Achso, jetzt brauchst du die Pfanne für die Wienerschnitzel, gell? Nein, kann ich eine andere nehmen. Okay, ich tu dir die schon mal raus, ja? Also, muss immer hilfsbereit sein zur Frau. Ja. 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 Ich hab schon eine. Dann kann ich ja das Öl schon mal heiß machen. Oder? Wort bitte, noch zwei Minuten. Ja, das dauert in der Pfanne. Das ist die langsame, Schatz. Die schnelle ist ja hier. Ich hoffe, wir haben Öl. Doch, Hammer. Wir haben ja zu Weihnachten Fondue, alles eingekauft für Fondue, alles gehabt. Und was haben wir vergessen? Das Öl. Oh mein Gott. Hat man kein Öl. Aber Gott sei Dank, wir haben dann noch eins auf der Trieben. Öl kriegt man immer fettige Hände. Muss man aufpassen. Schwupps. Und jetzt noch ein bisschen. So. 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 Öl haben wir drin. Wird geheizt. Schau mal Schatz, hast du noch viel Öl? Ah, fährst du auch noch ein paar Stunden mehr, gell? Na ja, ganz klein. Okay. So. Ah, ich freue mich auf dieses Pilz-Käse-Füllung. Da hat meine Frau eine gute Idee gehabt. Das wird sicher super lecker. Ich finde es jetzt gar nicht so schade, dass es nicht im Gallen ist. Ich weiß, dich da echt schulden, Schatz, gell? Ja, mit 17. Ah, komm. Komm schon. Nein, du weißt es doch einfach. Uiuiui, du. Aber ich bin auch nicht schuld, gell? Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Okay, okay. Also, ich bin nicht schuld für das Protokoll. Wir halten es zurück. Zumindest brauchst du heute das Mikro lauter schon. Ja, okay. Das stimmt, ja. Aber die Schnitzel haben wir. Die Wiener Schnitzel von meiner Frau sind die besten Wiener Schnitzel, das es gibt. Den schalte ich jetzt aus. Ich lasse es einfach da noch drin. Lass die Wiener Schnitzel hier hinten. Lassen wir sie einfach drin, dass die noch ein bisschen warm sind. Na, ich glaube, ich mache da gar keine Soße, oder? Vielleicht eine Knoblauch-Mayomese könnte ich machen, oder? Ja. Das ist eine gute Idee. Ja, wenn wir eine hätten. Aber wir haben ja noch... Mayomese haben wir auch noch draußen so viel. Ja, aber die gute. Ja, aber ich tue doch nicht Knoblauch rein in die gute. Dann nehmen wir die normale... Jetzt bräuchte ich kurz ein Schüsselchen. Darf ich kurz, Schatz? Ja. So. Das, glaube ich, passt gut zu diesen Schwammeln. Ein bisschen Mayomese. Hm. Ah, den Knoblauch hast du wieder weggetan, Schatz. Ja, aber dann... Du wirst. Ich raume alles. Ja, ja, ja. Kein Problem. Ich hole ihn mir wieder raus. Weißt du, Schatz, ist Knoblauch mit dem Lauch verwandt? Ist das ein Lauch-Gemüse? Nein, gell? Nicht, oder? Aber du weißt es, glaube ich, selber nicht, oder? Nein, habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht, ja. Glaube ich wirklich nicht. Ich bin ja nicht allwissend, oder? So. Ein Knoblauch rein. Flippidiwupp. Noch ein bisschen Joghurt, oder? Ja, was fragst du mich, was rein kann, wenn du die Soße machst? Was sehr gut ist, kleiner Tipp, wenn man eine Knoblauch... Mayonnaise, Knoblauch und ein bisschen Maresi... Ja, ich weiß nicht, ob das in Deutschland Maresi heißt. Ich glaube da... Wie heißt das in Deutschland? Bärenmarke, oder? Worst denn? Maresi. Kondensmilch. Kondensmilch, ja. Aber die Marke, ich glaube von Bärenmarke. Ein bisschen Kondensmilch. Und Mayonnaise und Knoblauch. Das gibt eine super Soße. Dann das einfach rühren. Klingt jetzt komisch, gell? Denkt man sich, was spinnt der? Mayonnaise und Maresi? Aber das ist Hammer. Das ist Hammer. Mayonnaise, Maresi und Knoblauch. Natürlich sollte man das jetzt ein bisschen stehen lassen, ja. So eine Stunde oder so. Weil das der Knoblauch die Wirkung erzielt. Das ist halt das Problem. Haben wir jetzt natürlich zu spät gemacht. Hummer. Hummer. Probiert das unbedingt. Mayonnaise, Maresi, Knoblauch. Kein Salz, kein Pfeffer. Gar nichts. Boah, ist das gut, Herr. Oh. Haben wir nämlich zu Weihnachten auch gehabt beim Fondue. Also hatten wir gehabt, Knoblauchsoße haben wir gemacht. Currysoße. Oh, jetzt müssen wir schauen, ob das fettpultet so aus. Currysoße und Cocktailssoße. Ich schau mal, ob das fett war, Mist, Schatz. Ja. 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 Passt schon. Ich mach nur mal ein Schnitzel fürs Video, dass wir das zeigen, wie das schön überbacken wird. Ja, machen wir dann da noch. So. Schatz, du darfst halt die Farbe vom Teller aussehen. Nein, ich will ja nicht. Such die Farbe. Nein, ich will ja nicht. Nein, ich will ja nicht. Okay. Dann sag ich... Orange. Machen wir mal grün. Ja, viel grün. Na, orange. So, dann machen wir heute wieder mal Weiß. Ja, das ist schön. Wir machen heute wieder mal ganz klassisch. Nein, weiß. Nein, weiß. Wir machen. Oval. Geile. Da kann man so richtig schön Platz zum anrichten. Ja. Ah, hast du hier das drauf, oder? Soll ich das rein tun, zum probieren? Nein, das geht. Ja. Da kann man so viel Fleisch da einmal, wenn es ausdringt. Ah ja, stimmt. Dann haben wir das Ganze wieder. So. So. Schatz, ich gebe dir hier das hier. Was dann? Nein, ich brauche ja Gobi. Ja! Die Fleischgabe. Ja. So. Jetzt hole ich die Kartoffeln raus. Achtung Schatz. Haben wir kein Meersalz? Äh. Doch, doch. Das kommt jetzt gleich. Achtung, ich habe hier ein heißes Blech. Die Kartoffeln schauen geil aus. Ich muss euch ein Foto machen. Wo schon waren die Leute? Ich weiß das nicht. Basisch. 15 Minuten solche Kartoffeln. Schauen wir ran. So. 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 Was machst du schon drin? Ja ich richte an. Auf einen riesen Ocht. Ich denke, drei Kartoffeln, oder? Ganz viel. Machen wir drei. Was soll der Geiz? Warte, ich richte dich nochmal in den Ofen. Bei dem ist Kölper. So. Perkennen. ein bisschen Salz, Pfeffer, ein bisschen Meistersalz, die Knoblauchmajonesen, diese Soße, weil ich wollte es noch empfehlen Schatz, die Salza Soße, wir machen unsere Soße immer selber, aber die kaufen wir, weil die ist so geil, die muss man nicht selber machen, von Spari, Bio, Paprika, Chili, Salsa, die ist so hammer, die ist ein Wahnsinn, das kommt hier rechts hin, ich will schon auf das Schnitzel hin, ja schau Schatz, das Schnitzel müssen wir jetzt, das Schnitzel schneiden wir jetzt hier so auseinander, warte, schalte das nochmal kurz an, das tun wir hier so auf, so, jetzt kommt die Schwammel, den, das machen wir einfach so, oder, schau mal das an, schau mal das so Schatz, ja, schau da das so, so, also den Käse müssen wir noch überbacken, ich würde den Käse jetzt gar nicht oder, ich würde den nur so machen, schau, so einen Reinschnitt, und dann machen wir hier so ein Zelt, Oh, da hätte man gesollt jetzt das Ding reinfüllen, und was schreibst du jetzt, verhunzt du es gar nicht? Nö, da hätte man gesollt die Pilzfüllung rein tun, wie so eine Eistüte, das tun wir hier so als Blume, Boah, das sind, das glaube ich ist das schönste Vorschaufoto, was wir je gehabt haben, das schönste, das schönste ever, ihr seht das jetzt wahrscheinlich mit der Kammer nicht, ich blende das jetzt ein, ihr werdet ausflitten, Hammer! Jetzt hast du den gelben Wechsel von der Mai, oder, um auf jeden Foto? Ist doch nicht schlimm, so, und jetzt essen wir unser wunderschönes Wiener Schnitzel mit Backkartoffeln, angereichert mit Champignon Gemüse, eine Schnitzel mit Champignon Gemüse, dazu eine Knoblauch-Mayonnaise mit Käseblatt verfeinert, herrlich! Schatz, da-da-da! Da habe ich nur das Paniere in die Finger. So, dann kommt das da drauf. Er gibt mir ja immer das Besteck in die Hand, aber zum Teller lässt er mich da nie. Von dem Käse, ach, schaut das mal an! Ich heult's nicht aus! Schatz, du hast ein Wunderwerk gemacht! Ja, aber ich hätte gerne Gardon gemacht! Nein, ich will keinen Gardon mehr, ich bin Nihmer in Gardon, ich will nur mehr so etwas. Kranklich! Schon auf dem Boden! Das hast du so lecker gemacht! Ich liebe meine Frau, Liebe geht durch den Magen! Die kann man nur lieben nach denen! die schnitzel sind immer so weich und fluffig die kann das mit diesen champignons aber die champignons haben schon gehört gewürzt mich ärgert es nur dass die nicht da drin sind ich tue jetzt ein paar rein wenn die hier in der käse tulpen wären seht ihr das dann würde der käse auch ein bisschen schmelzen so mit der zeit noch mal ein review über den ofen 15 minuten kalten ofen hast du eine backkartoffel wahrscheinlich brennhorst oder eigentlich ja wir du kennst die brennen also kunni jetzt oder nicht gutter cremige kartoffeln unglaublich die kartoffel butter cremig außen schön knackiger groß geschmacklich wo obwohl wir nur aus wir haben hier nicht gewürzt ohne öl in ofen genau das rechte nach nach den feiertagen immer alles öl und fett und dann schnitzel dazu im fetten hause gebracht okay das schon aber dafür sind die kartoffeln fit fitness kartoffeln vor dem fitnessstudio sollen kartoffeln danach oder kohlenhydrate oder ein kartoffeln ja was weiß ich schmeckt ja die knoblauch meines ja ich habe selten so gut gegessen heute ihr seht auch wenn es in der küche mal schief läuft nicht den kopf eingelassen weitermachen meine frau hat noch mal gerettet und was gutes gekocht okay leute bis zum nächsten mal das ist mein absolut neues lieblingsessen mein neues lieblingsessen es ist der beste Der Ofen ist einfach nur geil und so gut, ich habe noch nie so gute Kartoffeln gegessen. Die bringen uns das Kochen nah, mit großer Lust und Leidenschaft, zeigen sie uns, wie man's richtig macht, von Meloneschnitzer bis Kokosweiß. Das ist doch echt der geilste Scheiß, das ist ja doch lustig, die kommt los dann, drum fangen wir zu kommen an. Silence, man.